Ja, hallo zusammen. Ein paar Teilnehmer sind ja schon zusammengekommen. Ich begrüße Sie und euch recht herzlich zu meinem Vortrag der Nutzen von JAWS-Modulen. Ja, mein Name ist Marco Rechmann. Ich hatte gestern schon einen Vortrag für alle die, die jetzt das erste Mal dazu schalten. Ich bin mittlerweile seit fast zehn Jahren bei der Firma Papenmeyer als Softwareentwickler tätig, leite aktuell unseren Außendienst und koordiniere die Jungs und Mädels ein bisschen, die im Grunde genau das bei Ihnen dann einrichten, worüber ich jetzt sprechen möchte. Es geht im Grunde um die JAWS-Module, wo wir eine Anpassung schon für geschrieben haben, wo die Anpassung als solches abgeschlossen ist, beziehungsweise wo ja wirklich jedes Programmfeld, jedes Programmteil quasi bedient werden kann oder mitgesteuert werden kann. Und das ist im Grunde etwas, wo wir keinen individuellen Anpassungsbedarf mehr an der Software sehen, sondern für Telefonie-Software, für Physiopraxen-Software, für SAP. Das nur mal vorweggenommen. Da haben wir quasi abgeschlossene Anwendungen schon für, also sogenannte JAWS-Module. Und das ist im Grunde das Thema meines Vortrages und auch der Teil, worüber ich jetzt ein bisschen Licht ins Dunkle bringen möchte. Dazu würde ich einmal auf meine Präsentation wechseln. Ich habe mir in Vorbereitung zu diesem Thema ein paar Gedanken gemacht, wie man denn ja quasi klar machen kann oder deutlich machen kann, hervorheben kann, weshalb diese JAWS-Module wirklich von Nutzen sind und warum wir im Grunde so viele JAWS-Module schon haben. Und im Grunde möchte ich da ganz einfach einmal auf die Historie hergehen der Firma Papenmeier. Die Firma Papenmeier wurde 1956 gegründet. 1975 wurde der Produktbereich Reha-Technik mit ins Leben gerufen und zwar mit der Weltneuheit, dem Breilex. Das ist das erste Speichersystem für Blindenschrift und Sprache. Daraus entstanden ist quasi, also durch diese technische Entwicklung entstanden ist quasi der Produktbereich Reha-Technik. Damals hat man noch angefangen, dann eben auch PC-Systeme, damals ja noch DOS, dann irgendwann das 98, 99 NT und so weiter, auch für Blinde eben zugänglich zu machen. Das Ganze hat Papenmeier bis 1999 mit dem eigenen Screenreader WinDots gelöst und auch gemacht. Und seit 1999 findet eben eine Kooperation mit JAWS statt, beziehungsweise wir nutzen ausschließlich diesen Screenreader JAWS. Der Vorteil, den ich zum Glück noch erleben durfte, ist im Grunde, dass man damals, wo ich angefangen habe, wirklich noch Zugriff auf die Entwickler hatte, die bei diesen WinDots beteiligt sind. Ein, zwei Leute sind da eben auch noch von da. Aber diese Personen haben uns quasi den mittlerweile zehn Softwareentwicklern bei Papenmeier ja die Kniffe und Tücken gezeigt, wie man denn an diese Informationen drankommt und ja, wie man aus so einer nicht gut programmierten, beziehungsweise nicht barrierefreien Software dann doch die Informationen noch entlocken kann. Ja, JAWS haben wir deshalb benutzt, weil JAWS damals schon recht weit verbreitet war. Es ist außerdem mittlerweile auch weiterhin der einzige erweiterbare Screenreader für professionelle Arbeitsplätze. Das Team von Freedom Scientific entwickelt weiterhin an Updates. Die bekommen frühzeitig Beta-Versionen von Microsoft, also von den Windows-Systemen, von den Office-Anwendungen etc., sodass da eben eine kontinuierliche und eben auch schnelle Weiterentwicklung stattfindet. Und im Grunde setzen wir darauf auf und sagen für unsere Arbeitsplätze, für unsere Kunden in Deutschland, die Produkte, die wir wirklich häufig sehen und eben auch ganz oft antreffen in der Arbeitswelt, da versuchen wir dann doch so viele wie mögliche Personen eben abzuholen und dafür ein JAWS-Modul quasi zu entwickeln. Ja, die langjährige Anpassungserfahrung und stetig gewachsenes Entwicklungsteam als letzten Punkt auf dieser Folie, ich hatte es ja schon erwähnt, ist eben, weil wir mittlerweile mit zehn Personen wirklich diese Anpassungsprogrammierung hauptsächlich in Deutschland hier durchführen. Und man findet wirklich viele Fehler im JAWS, man findet auch viele Fehler in den Fachanwendungen, die relativ häufig und auch schnell behoben werden. Einige dauern natürlich etwas länger, aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Ja, die Möglichkeiten, die man mit einem solchen JAWS-Modul hat, ist zum einen im Umfang gegeben. Man hat zum Beispiel die grundsätzliche Bedienbarkeit einer Fachanwendung. Also wenn ich zwar mit der Tab-Taste da durchkomme, aber eben, wie ich das auch in meinem Vortrag mit dem Scripting schon erklärt habe, zum Beispiel keine Bezeichnung der Eingabefelder erkennen kann, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen für uns. Das heißt, das machen wir dann in der Grundanpassung schon mal bedienbar und eben auch auslesbar, dass der JAWS-Nutzer überhaupt die Möglichkeit hat, mit der Fachanwendung zu arbeiten. Ja, und der zweite Punkt, das sind Vereinfachungen von Arbeitsabläufen. Also wenn ich immer wieder 25 Mal Tab drücken muss und auch da wiederhole ich mich jetzt gerade, dann ist es eben so, dass man da auch einfach einen Hotkey für entwickeln kann und das Ganze per einfachen Tastendruck übernehmen würde, beziehungsweise dem JAWS dann sagen würde, er soll doch mit dem Fokus bitte an den und den Schalter springen. Dazu kommt aber nicht nur das Beeinflussen von Fokusaktionen, sondern eben auch die effiziente Sprachausgabe, die effiziente Braildarstellung für die Brailzeile, wo wir einfach sagen, bei einer Telefonieanwendung gibt es ganz viele Informationen, die ich wissen möchte, nämlich wenn ein Anrufer reinkommt, dann möchte ich nicht nur wissen, es ruft gerade jemand an, sondern interessant ist eben auch, welche Rufnummer ist das? Ist da gegebenenfalls schon ein Kontakt hinterlegt? Wie lange ist der gegebenenfalls schon in der Warteschleife? Und wenn ich eben auf der Brailzeile das Ganze lese, dann möchte ich damit doch im besten Fall auch den Anrufer annehmen oder nochmal in die Warteschleife setzen, wie auch immer. Diese Funktionen, da entwickeln wir für unsere JAWS-Module eben ein eigenes Brail und eben auch Sprachenlayout und das zieht sich im Grunde durch alle unsere Module durch. Wenn man ein solches Modul fertig entwickelt hat, dann hat man auch die Möglichkeit, den JAWS-Nutzer, wenn er jetzt an einen neuen Arbeitsplatz kommt oder wenn man mit einer neuen Fachanwendung arbeiten muss, durch einfaches Installieren dieses JAWS-Moduls den Nutzer quasi relativ schnell arbeitsfähig zu bekommen und der Vorteil ist in großen Behörden oder in großen Unternehmensstrukturen eben auch, wenn man mehrere JAWS-Nutzer hat, die die gleiche Software benutzen, wo dann unser JAWS-Modul auch nochmal gleich gestrickt ist, können die sich natürlich deutlich einfacher austauschen, was Tipps und Tricks angeht, was gegebenenfalls auch die Fehlersuche angeht, wenn ein neues Programm, ein neuer Programmbereich hinzukommt, dass man einfach sagen kann, jo, da ist noch etwas, was noch erweitert werden muss. Die Rückmeldung geht dann eben wieder an uns. Wir würden das Modul an der Stelle erweitern und es profitiert nicht nur ein Anwender davon, sondern eben dann recht viele. Ja, großer Punkt ist eben, dass wir auch eine Vielzahl an Anwendungen bei uns im JAWS-Modul-Portfolio haben, wo einfach ja schon eine große Datenbasis ist. Das Ganze hat natürlich auch Anforderungen, weil zum einen ist nicht jede Fachanwendung anpassbar. Das ist ja ein Begriff, der deutlich passender ist als die Barrierefreiheit für uns zumindest. Eine Software kann barrierefrei sein, dann bräuchte man sie ja im Grunde nicht mehr anpassen. Wenn ich aber die Schnittstelle gar nicht mit JAWS bedienen könnte, was eigentlich in den seltensten Fällen der Fall ist, dann ist diese Software halt nicht anpassbar und man kann keine Vereinfachungen quasi hinzubauen. Auf der anderen Seite, wenn ich eine nicht barrierefreie Software habe und auch mit meinen JAWS-Mitteln gar nicht hinkomme, weil die Schnittstelle einfach nicht gefüllt ist, dann ist diese Software eben auch nicht anpassbar und wir können halt keine Individualisierung, also keine Einzelplatzanpassung oder eben auch kein JAWS-Modul als solches bauen. Wichtig für eine solche Anpassung, für ein solches Modul ist dann unter anderem auch, dass es sich um einheitliche Workflows handelt, dass gleiche Programmbereiche genutzt werden, weil wenn ich eine relativ große Fachanwendung, zum Beispiel ein ERP-System habe und ich habe einen JAWS-Benutzer, der in dem Bereich Einkauf arbeitet, der zweite arbeitet in der Auftragswirtschaft und sich diese Programmbereiche unterscheiden, weil es zum Beispiel einfach verschiedene Software-Teams beim Softwarehersteller programmiert haben, dann ähnelt der Einkaufsbereich zum Beispiel nicht der Artikelbereich. Viele werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln, es ist tatsächlich so, also es gibt Software. Mein beliebtestes, schlechtes Beispiel ist im Grunde eine Buchhaltungssoftware, wo man die GOV-Auswertung zu einer Kontenansicht, es sieht für den Sehenden genau gleich aus, es sind aber Farbnuancen, Unterschied, wo wir an der Stelle einfach nicht auf einen grünen Zweig kommen und naja, auch da ist die Kooperation von einem solchen Softwarehersteller notwendig, da muss dann natürlich auch zugearbeitet werden. Mir geht es im Grunde darum, es sollte eine einheitliche Software sein, also eine einheitliche Software in der Software, so dass wir wirklich für das Eingabefeld, für den Schalter, für die Ausklappliste oder auch für verschiedene Programmbereiche einfach eine einheitliche Lösung schaffen und nicht wirklich in jeder Unterrubrik der Fachanwendung als solches ja wieder von vorne anfangen müssen. Genau, einen Punkt hatte ich gerade noch vergessen, das sind die Updates, die von der Software natürlich auch aufgespielt werden. Wichtig ist dabei noch darauf zu achten, es können Sicherheitsupdates, es kann auch ganz normale tonusmäßige Updates quasi eingespielt werden. Wichtig ist halt, dass sich das Layout oder die Struktur im Hintergrund nicht ändert, weil wir haben für alle die, die das gestern vielleicht mitbekommen haben in meinem Vortrag zum Scripting, vielleicht gesehen, worauf es bei uns eben ankommt, wo wir mitarbeiten und wie wir dann eine solche Software zugänglich machen. Das ist ganz wichtig, dass zum Beispiel die UI-Agent-Stelle nicht großartig verändert wird. Dass diese Ankerpunkte, die wir suchen müssen, eben entsprechend gleich sind. Ansonsten müssten wir immer nacharbeiten. Also wenn man jetzt für eine gesamte Anwendung die Möglichkeit findet, wie man die Eingabefelder quasi beschriftet, als wirklich einfaches Beispiel, dann sollte das natürlich softwareseitig entsprechend auch weiter funktionieren und die Updates eben auch überstehen. Das ist eben etwas, wo auch nochmal nachgeschaut werden muss. Und das ist tatsächlich auch in der letzten Zeit eigentlich das größte Problem geworden. Ja, zu den Zahlen. Bei uns in der Firma, wir haben wie gesagt jetzt über 20 Jahre JAWS-Anpassungserfahrung, die auch kontinuierlich weitergegeben werden. Wir haben zehn aktive Softwareentwickler für JAWS. Und als ich die Recherche gestartet habe zu diesem Vortrag, wir haben tatsächlich 400, circa 400 angepasste Programmversionen und stetig wachsend. Programmversionen, das sind nicht 400 unterschiedliche Programme, sondern, und das meinte ich gerade auf der letzten Folie, wirklich Programmversionen. Also wir haben eine Software schon in X-Versionen angepasst, die halt immer wieder anders ist, wo wir von dem Softwarehersteller aber zum Glück auch an manchen Stellen einfach immer vorab eine Version bekommen. Die könnten wir dann bitte testen. Und natürlich ist das dann bei uns auch die Anpassung in der Version 1, in der Version 2 und so weiter. Also das sind wirklich 400 angepasste Programmversionen, die sich durch diese Update-Strategie von den Herstellern einfach unterscheiden. Und mehr oder weniger 40 JAWS-Module für die gängigen Fachanwendungen. Mehr oder weniger in dem Sinne, wir gucken uns mittlerweile, und das ist eigentlich seit Wechsel des Betriebssystems von Windows 7 auf 8.8.1 oder Windows 10 direkt, eigentlich die Regel gewesen. Es ist, das JAWS-Modul ist an der Programmversion gebunden. Und wenn wir uns da eben nicht sicher sind, dann schauen wir uns diese Softwareprodukte schon nochmal an, bevor wir eben ein neues JAWS-Modul oder das vorhandene JAWS-Modul verkaufen. Das ist im Grunde etwas, da gehen wir auf Nummer sicher, dass das dann eben auch bei unseren Kunden läuft, dass sie da nicht die Arbeit haben und zum Beispiel auch nochmal Nachanträge stellen müssen. Da geht es halt wirklich darum, dass wir auf der sicheren Seite sind und für unseren Kunden dann natürlich auch deutlich einfacher tätig werden können. Ja, wie kommt man denn jetzt zu einem JAWS-Modul? Im Grunde ist das relativ einfach gesagt. Der Kunde fängt einen neuen Arbeitsplatz an oder bei einem neuen Arbeitsplatz an. Man bekommt eine neue Software. Das heißt, die Anfrage wird gestartet. Der Kundenwunsch wird gesagt, die und die Software muss ich jetzt nutzen. Kennt ihr die schon oder könnt ihr euch das mal angucken, damit wir da gegebenenfalls eine Anpassung von machen? Oder das ist mittlerweile seit mehreren Jahren auch, ja jetzt mehrere Jahre im Sinne von drei, vier Jahren tatsächlich häufiger der Fall, dass einfach Softwarehersteller aufgrund der Barrierefreiheitsverordnung beziehungsweise den ganzen Rechten und Normen, die es mittlerweile gibt, die auch eigentlich gültig sind, auf uns zukommen und sagen, ja, wir sind da gerade bei, die Software barrierefrei zu gestalten. Wir bräuchten aber eine Übergangslösung. Das haben wir jetzt in der letzten Zeit auch häufiger gemacht, dass wir einfach ein JAWS-Modul entwickelt haben, um dem Softwarehersteller als solches schon mal Zeit zu nehmen, wie man das jetzt nennen möchte. Aber auf jeden Fall, dass die Kunden, die damit arbeiten, meistens im Behördenumfeld, deutlich einfacher dann starten können. Ja, wenn man eine solche Anfrage gestellt bekommen hat, dann landet das meistens immer bei mir. Das heißt, ich würde mir die Software dann einmal analysieren, anschauen. Das machen natürlich auch drei, vier andere Entwickler noch mit. Das Ganze geht dann remote, dass wir quasi bei uns im Büro sitzen oder im Homeoffice und uns auf die Kundensysteme aufschalten. Wir kriegen teilweise auch Demo-Versionen zugestellt, dass wir das dann eben auch bei uns auf dem Rechner wirklich aktiv installieren können. Ja, oder wenn es sichere Umgebungen sind, beziehungsweise wenn es doch Softwareprodukte sind, wo man aus der Ferne ja nicht drankommt, wo, ja, oder drankommt schon, aber eben nicht tätig werden kann oder das Ergebnis nicht stattfindet, dann macht man das natürlich auch noch weiter vor Ort. Und im Grunde geht es dann weiter, die Einschätzung der Machbarkeit und des Umfangs. Ein letztes Beispiel, was ich jetzt in dieser Woche wieder hatte. Ich kann die gesamte Software bedienen, bis auf einen Teil. Naja, welcher Teil wird wohl benötigt? Genau der eine, der eben nicht ersichtbar ist oder nicht zugänglich ist im JAWS. Das ist ein bisschen schade. Da sind wir dann aber auch so ehrlich, das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn wir da jetzt die Anpassung versuchen, in irgendeiner Art und Weise anzufertigen. Wenn in einer Fachanwendung der Kalender benutzt werden muss und der Kalender nicht zugänglich ist, ich glaube, dann kann man sich auch auf den Kopf stellen, das macht mehr Sinn, als dass wir ja alle paar Wochen, alle paar Monate wieder bei dem Kunden tätig werden, weil wieder irgendeine JAWS-Cursor-Funktionalität nicht gegeben ist. Also da sind wir dann schon so ehrlich und sagen, das macht an der Stelle keinen Sinn. Ganz häufig, und das ist zum Glück der positive Fall, macht es halt Sinn und dann geht es eben weiter mit der Programmierung. Und auch da, in der Regel ist es so, dass wir die Programmierung einmalig für eine Einzelperson eben anfertigen. Sobald dann mehrere Anfragen kommen, vergleichen wir das, ist das der gleiche Programmbereich, wie ich das gerade eben schon mal erwähnt hatte. Und wenn das eben der Fall ist, dann kann man das als fertiges Modul auch erstellen und man kann es dann eben an die Plätze weiter verteilen, die damit auch arbeiten müssen. Auf der anderen Seite ist so ein Modul nicht unbedingt immer abgeschlossen. Es gibt zum Beispiel auch Individualisierung, die eine Person möchte mehr mit Braille arbeiten, die andere Person möchte die Sprachausgabe etwas angepasst haben. Das ist bei unseren eigenen Modulen natürlich auch in irgendeiner Art und Weise möglich, sodass es da dann immer eine Individualisierung der Anpassung quasi noch mal gibt. Das heißt, da werden so ganz kleine Stellschrauben noch mal gedreht und eben auch dann bei den Personen eingerichtet. Ja, der große Vorteil bei Behörden beziehungsweise Großunternehmen mit mehreren Nutzern ist natürlich, dass man diese Anpassung nicht nur für eine Person macht, sondern eben direkt für mehrere. Ergibt sich ja quasi aus dem Stichpunkt und wie gesagt, die stetige Weiterentwicklung bei den Modulen ist an der Stelle eben auch gegeben. Das, was wir häufig sehen, also jetzt sehen im Sinne von unter den Fingern haben und bei unseren Kunden antreffen, das ist natürlich auch deutlich einfacher, immer aktuell zu halten, als wenn ich eine spezielle Fachanwendung irgendwo als Einzelperson nutze. Aber das ist ja nicht nur bei uns im Hilfsmittelbereich so, sondern das ist ja eigentlich mit jeder Sonderlocke oder Insellösung dann leider so. Ja, kommen wir zu ein paar Beispielen, was wir an Modulen mittlerweile schon erstellt haben beziehungsweise was auch unsere gängigen Module sind oder Modulgruppen sind. Das ist zum einen im Microsoft Office-Bereich. Da haben wir ein Office-Modul, um aus der Historie, als man von Windows, nicht Windows, Microsoft Office 2003 mit den Standardmenübändern oder mit den Standardmenüleisten auf die Ribbonbars, auf die Menübänder gewechselt ist. Da ist auch ganz vielen Sehenden, vor allem aber eben auch blinden Nutzern, der Umstieg etwas schwerer gefallen, weil die gewohnten Pfade, die waren irgendwo nicht mehr vorhanden. Man findet diese Elemente nicht mehr wieder. Und da hat sich ein Kollege eben dieses Office-Modul ausgedacht, wo das alte Menüband im Sinn quasi noch nachvollziehen, nachvollzogen wird, weil man hat bei den Menübändern ja das Problem, wenn man mit Escape nochmal einen Schritt zurückgehen möchte, wie es damals in den Untermenüs war, dann fliegt man eigentlich immer sofort wieder raus und man steht irgendwo an der, zum Beispiel direkt wieder im Word-Dokument. Ja, ein anderes Modul ist das Outlook-Kalender-Modul, wo wir einfach, nee, das nehme ich jetzt nicht vorweg, das erzähle ich gleich nochmal im Detail. Genau, komme ich gleich nochmal drauf. Ganz großer Bereich sind Telefonieranwendungen. Das sind auch tatsächlich die Produkte und auch die JAWS-Module, die am häufigsten vertreten sind und die auch am abgeschlossensten sind, weil im Grunde, das soll jetzt nicht negativ sein, man hat ein Telefonbuch, man kriegt mit angesagt oder angezeigt als erstmal visuell, welcher Anrufer denn kommt. Ich kann eine Wählfunktion durchführen, ich kann führen, ich kann den Anrufer halten, wie auch immer. Und das sind im Grunde fertige Produkte, die man, wenn man sie denn häufiger verkauft und verkaufen würde, eben auch als Modul erstellen kann. Dazu gehören zum Beispiel das ACWIN, das OpenScape Concierge, Swixit und ganz viele mehr. Aber auch da muss man sagen, man trifft diese Telefonieranwendungen in der Häufigkeit an, dass teilweise auch in den Unternehmen Einzelentwicklungen von den Fachabteilungen selber durchgeführt wurden, wo man einfach auf den bestehenden Telefonieserver geht, eine Software entwickelt und ist halt nicht barrierefrei oder nicht auslesbar für uns. Also da sind dann halt auch die Hände irgendwo gebunden. Ja, ein ganz großes Programm, was wirklich auch eigentlich umfangreich und fast vollumfänglich funktioniert, ist das SAP. Ganz wichtig dabei eben das SAP GUI, also die lokal installierte Variante. Da komme ich gleich auch noch etwas näher drauf. Nächster Punkt ist zum Beispiel in Physiotherapie Praxen wird ganz häufig das TEOG benutzt. Da gibt es auch ein fertiges Modul zu und das würde ich gleich am Anschluss dann auch noch einmal tatsächlich in live zeigen, um auch einmal erklären zu können, wie einfach es denn tatsächlich ist, wenn die Fachanwendung eingerichtet ist, wie man dann das JAWS-Modul quasi installiert und welchen Nutzen man dann davon hat. Ja, im Behörden- oder Großkunden- beziehungsweise Firmenumfeld hat man diverse Fachanwendungen, die wie gesagt für mehrere Benutzer tätig sind. Das ist zum Beispiel das Unifar bei den Finanzämtern und ForumStar im Gericht, Hörfunkdatenbank, im Radio und so weiter. Ja, kommen wir doch einmal zum Outlook-Kalender-Modul. Da ist es eben so, dass wir in diesem Modul, wo man noch einmal einen Schritt zurück, im Office, im Outlook-Kalender würde man ja nur schwer navigieren können. Das heißt, ich muss mit Tab immer zu den nächsten Terminen springen. Ich navigiere mit den Pfeiltasten durch den Kalender durch und ich habe immer irgendwo Lücken dazwischen. Das heißt, wenn ich jetzt heute zum Beispiel gleich um 15 Uhr, dann um 16 Uhr den letzten Vortag als Termin eingetragen habe und dann erst wieder nächste Woche einen Termin, dann würde ich ja mit der Tab-Taste auf nächste Woche direkt springen. Klar weiß ich dann, dass ich in meinem Kalender an der Stelle keine weiteren Termine habe, aber als solches ist an der Stelle die einfache Navigation, die wir mit dem Kalendermodul erzeugen, rein Pfeiltasten basiert. Das heißt, man hat da ein eigenes Bedienkonzept. Man legt sich quasi auf diesen Outlook-Kalender darüber und man kann relativ einfach zum nächsten oder vorherigen Termin springen. Auch da haben wir wieder eine optimierte Beil- und Sprachdarstellung eingebaut, sodass das deutlich einfacher ist, das Ganze auszulesen und man hat zum Beispiel eine Übersicht aller Termine eines Tages und noch viel, viel mehr. Das wäre wahrscheinlich auch ein eigener Vortrag, wenn man das mal vorstellen möchte. Ja, beim SAP ist es eben so, man muss zwei unterschiedliche oder zwei grundsätzliche Module unterscheiden. Zum einen betrifft dieses SAP-Modul das SAP GUI, also das Lokal Installierte, was ich auch gerade eben schon mal erwähnt habe. Auf der anderen Seite gibt es ein SAP-Modul, was als SAP Jaws Extensions benannt ist. Das wird generell durch SAP-Admins vom SAP Marketplace heruntergeladen und auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, das läuft eigentlich ganz über das SAP selber und ermöglicht eben eine generelle Bedienbarkeit im SAP als solches. Und darauf aufbauend haben wir dann nochmal gesagt, okay, da fehlt uns aber noch ein bisschen was drin, zum Beispiel eine Liste von Registerkarten, eine Liste der Container oder, weil das SAP eben auch so umfangreich ist, eine Auflistung der Eingabefelder, die ich mir situationsabhängig und auch transaktionsabhängig abspeichern kann. Das heißt, ich brauche nicht meine, ja, was ich die ganze Zeit eigentlich auch schon sage, 20 mal, 25 mal Tab drücken, sondern ich komme eben mit meiner Liste oder mit diversen Sprungmarken von der ersten Markierung zur zweiten, zur dritten und so weiter oder kann sie halt auch direkt anspringen. Zum Beispiel kann man mit unserem erweiterten SAP-Modul auch nach Tabellen suchen und auch da ist der Funktionsumfang an der Stelle noch nicht gänzlich beschrieben. Ja. Dann wäre im Grunde jetzt mein Live-Vortrag mit dem T-Org. Dazu müsste ich mal ganz kurz einmal den PC wechseln. Und verzeihen Sie es mir, ich gucke ab jetzt nicht mehr in der Kamera. In die Kamera. Meine Wörter sind aufgebraucht. So. Aufgabe gestartet. Mit Teilnehmer können jetzt den Bildschirm sehen. Video-Frame. Klappt das, dass ihr jetzt T-Org seht und auch was hört? Okay. Gut. Also das T-Org als solches hat die nette Eigenschaft, dass man, wenn man in diesem Menü ist, die Tab-Taste kaputt drücken kann. Man kann die F6-Taste kaputt drücken. Da passiert nicht relativ viel. Man hat zwar die Hotkeys und auch die Schnellnavigationstasten mit Alt-B, Alt-Ov, also Alt-B für Bewegungsdaten, Stammdaten etc. mit Alt-D. Das müsste man an der Stelle auswendig lernen, damit man eben hinkommt. Man könnte jetzt auch mit den Anfangsbuchstaben, die man hier in diesen kleinen Kästchen in den Kacheln sieht, nee, nicht mit den Anfangsbuchstaben, sondern generell mit den Buchstaben in den Kacheln, z.B. in den Terminplan springen. Das mache ich jetzt mal einmal mit dem T. Nee, wenn ich im Terminplan auf wäre. Dann kann ich zwar hinspringen, er hätte mir jetzt auch noch deutlich mehr gesagt, ich mache das jetzt gleich einmal separat. An dieser Stelle ist der Modul ist an der Stelle noch nicht hinterlegt. Ich würde jetzt einfach mal mit der Pfeiltaste nach unten runter gehen und Sie können einmal gerne zuhören und auch oben im Breilbetrachter nachlesen, was denn angezeigt wird. Das ist erst mal schon mal, da weiß ich ja zumindest schon mal, dass das Ganze um 8.20 Uhr anfängt vermutlich. Auf der Breilzeile sieht man eben diese 8.20 Uhr und das K, G und M noch. Alle weiteren Informationen, welcher Behandler das ist, etc. sieht man z.B. nicht. Ich gehe noch mal eins runter, damit das ersichtlich wird. So, ab da habe ich eben deutlich weniger Informationen. Und auch hier, ich käme jetzt zwar mit der Tab-Taste oben in die Registerkarten rein, etc., aber so richtig viel bedienen ist das nicht. Und da ist beim TEOG jetzt tatsächlich das Verhalten so, dass wir, jetzt lass ich mich gut durcheinander bringen von den Aussteigern, es ist so, dass wir von TEOG Zuarbeit bekommen haben. Also wir haben z.B. gesagt bekommen, welche Farbe denn z.B. die Bedeutung für die Krankengymnastik ist, etc. Was freie Termine sind, was Freitext ist und so weiter. Die Schnittstelle steht uns zur Verfügung. Die können wir auslesen. Und das, wo es eben jetzt dann noch darum geht, ist z.B. auch erkenntlich zu machen, dass so ein Termin von 8.20 Uhr bis 9 Uhr stattfindet, dass das z.B. die Frau Ludewig ist, etc. So, und das ist eine wirklich auf die Programmversion abgestimmte Anpassung. Dadurch, dass das TEOG aber immer aktuell sein muss, wegen den ganzen Verordnungen und den ganzen Rezeptkosten etc., sind wir da relativ schnell dran. Also sobald ein Kunde dieses Modul eben anfragt, beziehungsweise auch eine Änderung anfragt, weil etwas nicht mehr funktioniert, haben wir das relativ schnell eigentlich auch fertig, weil relativ viele Personen eben da auch mittätig werden. So, ich würde jetzt einmal unser Modul aktivieren. Und zwar füge ich einfach diese Dateien, die man normalerweise auch per Installation, in die JAWS-Einstellung reinbekommt, jetzt hier ein und wechsle jetzt nochmal rüber. Und man sieht schon, dass er jetzt das erste Mal auf dem Breilbetrachter umgesprungen ist. Und der Knopf Breilbetrachter kommt. So, und das steht dann eben 9 Uhr bis 29 Uhr und eben auch der Behandler als solches. Wenn ich jetzt mit der Falltaste nach oben gehe, um zu dem vorherigen Termin, der da angezeigt wird, zu springen, dann bin ich jetzt auch gleich sofort ruhig und lasse das JAWS nochmal sprechen. 8 Uhr 20 bis 9 Uhr Frau Lodewig-KKG im einziger Termin. So, und damit hat man dann eben zum einen den Zeitraum, wann denn dieser Termin wirklich stattfindet. Ich habe die Grafiken, die hier in dem linken Bereich des Termins angezeigt werden, mit beschriftet, sodass ich weiß, es ist eine Frau, es ist ein Mann. Ich habe, das ist wirklich nur ein Termin, was er gerade gesagt hat, mit der 1. Und wenn ich runtergehe, 9 Uhr 20 bis 10 Uhr herrätlich, ex vorletzter Termin. Da sind eben diese Informationen als solches damit bei. Was ich jetzt an dieser Stelle noch sagen möchte, da geht es jetzt wirklich um die reine Bedienbarkeit der Anwendung. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel hier auch die Terminplanung des Hauptmenüs auflisten lassen möchte, da gibt es dann natürlich auch diverse Tastenkombinationen für, um zum Beispiel auch die Informationen in den Patientendaten, in den Rezeptdaten etc. mir anzeigen zu lassen und eben auch nicht nur anzeigen zu lassen, sondern eben auch auslesen, ausgeben zu können, überhaupt an der Stelle. Das ist ja mal ein Beispiel, wo wir wirklich die Arbeitsfunktionen beziehungsweise auch die generelle Möglichkeit der Bedienbarkeit so ein bisschen mit eingesetzt haben. Gut. Und bevor wir weiter von den Nachrichten gestört werden, komme ich dann noch einmal zum Abschluss meiner Präsentation. Ich hoffe, dass das für Sie so halbwegs verständlich war, was ich denn rüberbringen möchte. Wenn bis jetzt keine weiteren Fragen aufgetaucht sind, würde ich mich dann von Ihnen verabschieden, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für die rege Teilnahme und ja, freue mich, Sie und Euch dann in den nächsten Vorträgen noch weiter begrüßen zu dürfen. ZEIZE ZEIZE